Willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. An meiner Seite Michael Schröder. Schön, dass du da bist. Du bist im Studio. Das heißt, wir blicken in Richtung der Nebenwerte auf deine Watchlist. Und auf der steht ganz oben, sag ich jetzt einfach mal, Eckart und Ziegler zumindest, was die heutige Sendung betrifft. Starten wir mit dem Wert. Hauk und Auffäuser hat ja in der letzten Woche hier gesagt, Kaufen bei Kursziel 210 Euro. Ist es auch für dich weiterhin ein Kauf? Und wo würdest du so das Kursziel sehen? Das Gute dabei ist, dass der Analyst das jetzt schon etwas länger sagt. Aber zwischen den letzten beiden Updates, die er veröffentlicht hat, gab es dann ein Gespräch mit dem Vorstand. Und jetzt sieht es so aus, dass die operative Entwicklung im laufenden Jahr möglicherweise doch noch besser daherkommen könnte als bisher gedacht. Also zwischen den Zeilen gelesen kann man jetzt dann vielleicht das, was ich in letzter Woche schon mal an dieser Stelle gesagt habe, dass die aktuellen Planvorgaben möglicherweise zu konservativ oder generell konservativ sind, dass man hier noch einen Schnaps mehr erwarten kann. Die Aktie ist dann jetzt auch über diese, ja aus dieser Seitwärts-Range, also über die 150-Marke hinausgezogen und arbeitet sich jetzt Richtung 200-Tage-Linie vor. Also alles in allem, um es auf den Punkt zu bringen. Vielleicht kannst du in der Zeit schon mal den Jahreschart anklicken, weil wir kommen jetzt dann schon direkt zu dem Ende. Man sieht es hier, bzw. hier sieht man es noch besser, das Kaufsignal mit dem Sprung über die 150. Man kann davon ausgehen, wenn sich diese Meinung, dass das operativ jetzt besser läuft als bisher prognostiziert, bzw. dass man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Prognosen erreicht. Wir wollen jetzt gar nicht mal von dem Übererfüllen sprechen in Zeiten wie diesen. Aber dann sollte sich die Aktie jetzt hier tatsächlich wieder in Richtung 200 Euro begeben. Soll heißen, dass sie hier jetzt in den nächsten Wochen über den Sommer hinaus dann hier wieder einen neuen Aufwärtstrend ausbildet und dann möglicherweise in den Herbst mit den nächsten Zahlen dann tatsächlich hier auch die alten Höchstkurse knapp über 200 Euro wieder erreichen kann. Ist natürlich alles wie immer in diesen Zeiten mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, aber wir haben es in der letzten Woche schon mal dargestellt. Der erste Schritt ist gemacht, also Eckart und Siegel aus meiner Sicht in Zeiten wie diesen eine Aktie, die man durchaus dem Depot beimischen kann. Gucken wir mal, ob das auch für die nächsten Werte gilt. Wir machen weiter mit SNP, Schneider, Neureiter und Partner. Letzte Woche haben die eine langfristige Partnerschaft mit der All-for-One-Group geschlossen. Was geht es genau bei dem Deal? Ist das ein guter Deal für SNP? Einmal das, dieses kleine Häkchen hier, man sieht es in dem Sechs-Monats-Chart, das war die Kursreaktion. Das zeigt schon den Aha-Effekt. Die Investoren haben wieder zugegriffen. In den letzten Wochen war hier ein bisschen Funkstille. Es gab ja eine zurückgesetzte Prognose und dann auch ein bisschen Probleme mit dem Aufsichtsrat, der gleichzeitig Mitglied eines Großaktionärs war es. Hier gab es dann Sorgen, dass dann Überhang abgebaut werden könnte über die Bäuse. Es gibt noch keine entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen. Aber jetzt halt hier wieder das positive Zeichen von der operativen Entwicklung All-for-One. Zweieinhalbtausend Kunden, von denen jetzt sehr viel in den nächsten Jahren die Transformation ihres Geschäftsrichtungen im Bereich SAP, Entschuldigung, S4 HANA umsetzen müssen. Das ist einer der Schwerpunkte bei SNP mit den Produkten, dass man diese Transformation flexibel, schnell und gut umsetzen kann. Das sollte am Ende des Tages oder könnte am Ende des Tages bei S&P dann für wiederkehrende Umsätze sorgen. Dieser Auftrag über acht Jahre abgeschlossen. Diese Partnerschaft im Finanzkreis wird gesprochen, dass wir hier einen hohen einstelligen Millionenbereich an Lizenzerlösen pro anno einfahren könnten. Also alles in allem sieht man dieses Ausrufezeichen, diese positive Meldung, dass es operativ weiter gut läuft, dass das Unternehmen forthält und dass man hier möglicherweise noch ein bisschen mehr auch aus diesem Bereich erwarten kann. Und man sieht hier, jetzt müssen wir mal über die GD 200 gehen und dann haben wir die Möglichkeit, dass man wieder hier diese 50 Euro Marke ansteuern kann. Und dann muss man mal schauen, diese Woche haben wir noch die virtuelle Hauptversammlung, ob es da auch noch ein paar Neuigkeiten zur operativen Entwicklung geht. Also alles in allem, ja, man könnte jetzt darunter schreiben, das Unternehmen hat sich wieder zurückgemeldet und die nächsten Tage, Woche werden zeigen, ob das jetzt nur ein Strohfeuer war. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr Dynamik im Kurs sehen werden. Machen wir weiter mit Wacker Neusen. Hier könnte vielleicht die Durststrecke auch bald vorbei sein. Hauk und Aufhäuser, da sind sie wieder, hat das Kursziel auf 21 Euro festgelegt. Wie siehst du es? Ja, es gibt eine Reihe von Analysten, die jetzt immer noch sich wieder zum Ort gemeldet haben, mal wieder, ich sage mal, ein bisschen durchgescrollt haben und jetzt bei den Zyklikern angekommen sind, die natürlich, deren Aktien natürlich noch stark am Boden liegen. Vielleicht gehen wir hier direkt mal auf den Jahresschall, dann sieht man das Ganze noch besser bei Wacker Neusen mit Baumaschinen, Kompaktgeräte. Muss man natürlich dazu sagen, das Unternehmen hat auch schon vor der Corona-Krise einen Umsatzrückgang und eine schwächere Ergebnisentwicklung verbucht oder verbuchen müssen. Klar, jetzt haben wir hier den Rücksetzer, wir haben wieder eine teilweise Erholung, aber das große Aber ist jetzt sehr viel mit, ja, mit Zuversicht behaftet, will ich mal sagen. Analysten, weil der eine Analyst fokussiert sich hier auf den IFO-Index, was er wieder anzieht, also kurzum kann man sagen, Analysten, die jetzt hier ein positives Kursziel sehen oder eine bessere Kursentwicklung als in den letzten Monaten, erwarten halt durch die Bank eine Belebung der Konjunktur und damit eben auch eine Nachfragebelebung bei Wacker Neusen. Ich meine, in China läuft das operative Geschäft jetzt schon wieder deutlich besser als in den letzten Wochen, aber wie gesagt, hier eine Prognose fürs Laufende, ja, gibt es noch nicht. Das Prinzip, ich will es jetzt nicht überstrapazieren mit dem Prinzip Hoffnung, man sieht es jetzt bei vielen zyklischen Werten, dass jetzt der ein oder andere Analyst den Daumen hebt, Kursziele bestätigt, Kursziele überarbeitet, aber vom Unternehmen selbst gibt es halt jetzt wenig Indikation. Das wird sich mit den Q2-Zahlen vermutlich auch nicht wirklich ändern. Q2, das wissen wir alle, wird für die meisten Zykliker nochmal ein desaströses Quartal, dann in Hoffnung, dass wir eine Wiederbelebung oder eine Belebung des Geschäfts im Q3, Q4 sehen werden. Muss man mal abwarten, aber alles in allem hier, der Trend ist noch intakt, es läuft alles ein bisschen langsamer, aber es kann sich dann jetzt hier tatsächlich, wenn sich diese positive Stimmung festsetzt, ein wenig beschleunigen und ähnlich wie in der letzten Woche mit Deutz kann man auch hier auf dem aktuellen Niveau vielleicht wieder einen ersten Fuß in die Tür setzen und dann, wenn sich tatsächlich diese wirtschaftliche Belebung auch in den Zahlen bei Wacker Neusen widerspiegelt, schon mit von der Partie sein. Elmos Semiconductor, der nächste Wert, auf den wir blicken wollen. Auch da tut man sich noch so ein bisschen schwer, also was die Erholung angeht nach dem Corona-Crash, sage ich auch da auf dem Jahreschart, sieht man vielleicht besser. Ja, machen wir direkt. Ist ein ähnliches Thema, ist natürlich auch ein bedingt zyklischer Wert durch die hohe Abhängigkeit von der Automobilbranche. Mix-Signal-Halbleiter, die Intelligenz in den Systemen, Entschuldigung, mit den Chips kann man die Sensordaten auslesen, analysieren. Also wird in jedem Auto verbaut, profitiert natürlich von dem Trend zu mehr Elektronik im Auto, über den wir jetzt alle schon die letzten Jahre, Monate viel gelesen, viel gehört haben. Jetzt gab es für mich ganz interessant eine Studie von JP Morgan, die halt durch die Corona-Konjunkturpakete jetzt eine beschleunigte Nachfrage im Bereich der E-Mobilität sehen. Gleichzeitig sprechen hier Analysten von einer Absatz, einer etwas höheren oder besseren Absatzerholung in China und Amerika im Automarkt. Also insgesamt wieder positive Signale für den Automarkt und Unternehmen selbst, ähnlich wie gerade auch schon bei Wacker Neuser, ähnlich wie bei fast allen zyklischen Werten, Prognose erstmal ausgesetzt. Aber hier kann man sagen, dass möglicherweise mit dieser Delle dieses 2020 abgehakt ist und dass jetzt hier die mittelfristigen Treiber, die ich gerade angesprochen habe, Fahrerassistenz, Motorsteuerung etc., dass hier sich die Nachfrage jetzt doch deutlicher beschleunigt und dass sich das Ganze dann hier in steigenden Kursen widerspiegelt. Erste Ziel dieser voranschreitenden Aufwärtsbewegungen wären dann 24 Euro. Aber man muss mal sehen, was dann hier tatsächlich im zweiten Halbjahr passiert. Aber auch hier könnte es sich durchaus lohnen, schon mal wieder einen ersten Fuß in die Tür zu stellen. Weil wenn dann sich tatsächlich die Kennzahlen, die operativen Kennzahlen verbessern, dann geht es relativ schnell im Chart. Dann wollen wir zuletzt, heute zuletzt, auf die Hornbach Holding noch blicken. In letzter Woche gab es ja endgültige Quartalszahlen. Dieser allgemeine Do-it-yourself-Heimwerker-Trend durch Corona hervorgerufen, spiegelt er sich wieder bei Hornbach? Ja, man sieht es hier in dem Sechs-Monats-Chart, dass seit dem Tief schon wieder, seit dem Corona-Crash-Tief hat sich die Aktie verdoppelt. Jetzt der Q1 in einem gerochenen Geschäftsjahr, du gerade angesprochen hast, ein Umsatzwachstum von 18 Prozent, EBIT-Wachstum von 78 Prozent, also richtig starke Kennzahlen. Die Baumärkte, die über diese Corona-Extrempfase noch geöffnet waren, hier in Bayern waren die Baumärkte sogar zu, wurden ja sehr, sehr stark frequentiert hinzukommt. Und das liest man dann auch in dem Geschäftsbericht, die starke Entwicklung im Online-Bereich, also das Do-it-yourself-Thema, ganz, ganz groß geschrieben. Und man sieht es hier in dem Chartverlauf, wenn man hier auf dem Jahresschart sieht, sieht man die Kerbe noch deutlich besser. Also ein klassisches Beispiel für dynamische Einbruch, kurze Bodenbildung und dann ein richtig extremer Aufwärtstrend. Und die Wahrscheinlichkeit, wir springen jetzt heute zum Wochenstart schon wieder auf ein neues Jahreshoch, dass wir die 83 Euro, also das Allzeithoch, sieht man jetzt im Jahresschart nicht von vor ein paar Jahren jetzt auch noch ansteuern. Denn zu guter Letzt hat das Unternehmen mit den Q1-Zahlen immer diese Prognosen für das laufende Jahr erstmal bestätigt. Aber diverse Analysten und andere Akteure am Markt gehen dann davon aus, dass wenn sich dieser Trend aus dem Q1 fortsetzt, und da kann man ja von ausgehen, dass dann es im Laufe des Jahres auch noch eine Prognoseanhebung geben könnte. Aber man sieht natürlich, wir haben jetzt hier schon einiges an Boden gut gemacht, aber das Momentum und die Aussicht auf eine Prognosehebung dürfte dafür sprechen, dass die Aktie diesen Trend jetzt hier in den Sommer hinein noch weiter fortsetzen kann. Gut, damit sind wir am Ende für heute. Dankeschön für deine Einschätzungen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.